Ich bin in Berlin geboren und weil die Vielfalt so wichtig ist, ich bin rumgereist, war in Jordanien sechs Jahre und bin dann nach München gekommen und bin auch nach Berlin gekommen, weil mir die, das ist auch so gut, die Vielfalt gefällt mir und so und ich bin 19 Jahre alt.